Das ist Schützi TV mit dem ersten Fussball-Podcast der Schweiz. Let's do it! I feel that we are an all-inclusive club. We do not discriminate. We do not homophobia. There is so much to be proud of about FC United Manchester. Du kannst meinen Club nicht kaufen. Die Fans vom FC United of Manchester singen zu Beginn des Spiels gleich mal Klartext. Auch das ist Klartext. Keine Werbung verunstaltet die Trikots der Fussball-Rebellen aus Manchester. Nicht, weil der FC United keine Sponsoren hätte. Ganz im Gegenteil. Aber die über 3000 Mitglieder wollen das so. Typisch für diesen Alternativ-Verein. Ebenfalls unmissverständlich die Forderung der Winterthurer-Fankurve. S-Football should be Fussball, wie er sein sollte. Gleich nach einer Viertelstunde haben die rund 400 mitgereisten englischen Fans noch mehr Grund zum Feiern. Die Amateur-Kicker aus der 7. Liga schiessen das 0 zu 1. Mittendrin Steve Mills. 58-Jährig. Kammerjäger aus Manchester. Gründungsmitglied. Ein typischer United-Fan. Das ist es. Es ist fantastisch. Es ist mehr als Leben. Every Fussball-Fan wird es so wie das. Aber es ist nicht. Es ist zu viel Geld. Fuss auf, Leiser! Du schwatt! Kurz darauf, der Ausgleich. Publikumsliebling Patrick Bengondo köpft zum 1 zu 1. Doch zurück zu Steve und zu seiner Geschichte. Ich bin noch ein Manchester United-Fan. Aber das ist mein Klub. Ich habe Manchester United auf TV-Fan. Das ist mein Klub. Das ist es. Das ist Fußball. Das ist, wie es Fußball sein sollte. Werfen wir also einen Blick in die Heimat dieser Fussball-Enthusiasten. Ostermontag in Manchester. Steve Mills verkauft als Freiwilliger wie vor jedem Heimspiel Lose. Der Erlös ist für den Verein. Und für ihn springt da wenigstens eine Saisonkarte heraus. Cheers, Lads und Lasses. Danke. Good luck with that. I paid the minimum amount with 90 pounds. And then I made up to a donation. And I have a couple of hundred quid on top of that as well. So there's no fixed price for a season ticket? No, we've asked for pay what you can afford. With a minimum value of 90 pounds. And if you wish to make it up with any other funding, you put that into a donation. And that goes to the club. Rund 300 Freiwillige helfen bei jedem Heimspiel. Die beiden hier schmücken das Stadion. Es gehört dem FC Bury, einem Viertligisten. Der FC United ist nur zur Miete hier. In der Stadionbar wird deutlich, hier gibt es weder Kaviar noch Champagner. Der Club ist von und für Fans. Politisches Bewusstsein und viel Nostalgie sind spürbar. Die Gemeinschaft kommt vor dem Erfolg. Obviously, it's really great when your team wins. But, again, for me, it is just about the camaraderie and community that we've got together. A spirit of putting things back into the local people. Something about connection with the players. Something about fun. Something about being different. But for me, it's about fighting against the system. Fighting against people who want to sort of put working class people down. And doing it for themselves. That is FC United. Während sich unten im düsteren Kabinengang das Team für den Einmarsch bereit macht, stimmen sich draussen die Fans für das Spiel ein. 4.200 sind heute gekommen. Und das für ein Spiel der siebten Liga. Das alles verpasst Steve. Er verkauft weiter seine Lose. Unfortunately, I've not missed that many, because I only missed about the first five, ten minutes of the games. I've probably missed this season maybe three, four goals at the most. Beim FC United of Manchester dominieren Leidenschaft und Engagement. Auf und neben dem Platz. Zu den Fussball-Rebellen verieren sich weder Mode noch Event-Fans. Hier sorgen Fussball-Verrückte für die Stimmung. Mittlerweile hat auch Steve all seine Lose verkauft. Gerade rechtzeitig. So verpasst er auch dieses Tor nicht. Am Morgen vor diesem Spiel bringt er uns zu seiner ehemaligen Liebe. Zu Manchester United. Zumindest in die Nähe von Old Trafford. Hier fühlt er sich nicht mehr willkommen. Obwohl er ja noch immer Man-You-Fan ist. Und weiter geht es mit seiner fussballerischen Stadtrundfahrt. Die nächste Station. Ein unscheinbares Wohnquartier im Norden von Manchester. Hier zeigt er uns eine Gedenktafel an die sogenannten Busby-Boys. Am 6. Februar 1958 war Trainer Matt Busby mit seinem Team auf dem Rückweg von einem Europa-Pokal-Spiel in Belgrad. Bei der Zwischenlandung in München verunglückte die Maschine. 23 Menschen starben. Darunter acht Spieler. Busby überlebte schwer verletzt und begann 1959 aber wieder von vorne. Zehn Jahre später gewann Man-You und der Busby den Europa-Cup der Landesmeister. These guys were heroes, but they were also ordinary people. People that you could meet on the street and share a bus seat with going to the matches. They were just ordinary blokes. They were superheroes of the time, but they were also ordinary people. And that for me was such a tad loss. I was only two when it happened. But I grew up in an age where Manchester United was a dominant force in World Football, especially when they won the European Cup in 1968. My first game was in 1967. I went to see them at Old Trafford against Liverpool. And that was my first experience of going to Old Trafford. And from that day I was hooked on it. And I've been a Man-United-Fan ever since. Awesome, awesome thing. Die nächste Station. Im Norden von Manchester kann der FC United endlich sein eigenes Stadion bauen. Kostenpunkt 8 Millionen Franken. Die Hälfte zahlen Vereinsmitglieder wie Steve, den Rest übernimmt die Stadt. 5'000 werden hier Platz finden. Zum Konzept gehören auch die Zusammenarbeit mit der Nachwuchsabteilung eines Quartiervereins und eine Begegnungsstätte für Integrationsarbeit. Bring on United, sing the crowd. The team run out on what a view they see. It's all about a community spirit. Bringing together disadvantaged people. Bringing together different races, different genders. Pulling them all together, making them better themselves. And becoming part of a group. And not just a football club. Zurück in Winterthur. Zeit für den Song über den ungeliebten Investor Malcolm Glazer. Tea-Time für die Engländer. Auch in der Garderobe herrscht zumindest heute Basis-Demokratie. Jeder spricht. Nur der Coach Karl Mertschinsen nicht. Der ehemalige Gemüsehändler und heutige Fussballinstruktor im Nachwuchsbereich ist seit der Gründung Trainer. You want to win all the time, so the success factor comes from within, from the heart. But every time we take to the field, I suppose it's a victory for fan ownership and for supporters at football clubs. When we build our own ground, we're going to build our own ground. Good ball. Winterthur trifft zum Schlussresultat von 4 zu 1. Great goal. That was a good goal. Dann beginnt die dritte Halbzeit. Zunächst auf dem Feld. This is my club. We look to you and me. When you're nice to see. You're nice to see. But yeah, you see how close we are to the fans and stuff like that. Everyone knows everyone's name. And yeah, I see that it's the same with Winterthur as well. I don't think many teams in England will do what we do. So it's obviously a great privilege to play for a club like this. And the trip has been unbelievable so far. And I think it'll be a good night tonight. Das wird es. Mit viel Musik, Tanz und noch mehr Bier. Irgendwo läuft auch das Champions League Finale. Doch das kümmert Steve und seine neuen Winterthur-Freunde herzlich wenig. I don't care. I don't care. It means nothing to me. Because it's too much money. It's all about money orientated. This is not reality. It's great to win it. But it's not reality. This is reality. All this going on around here today. It's great fun. So schön kann Fußball sein. Fernsehen auch. Hooray. Over there. Heyера Christians. From trong没有ígena. mets Let's go. I will never knock it out now. It's good there. our time they always forget.